So Leute, jetzt gibt es 10 Dinge in Minecraft, die niemand nutzt, von GroKo, Leute wie immer. Schaut unbedingt bei ihm vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ich würde sagen, wir starten mal. Servus und schönes Jürgen. Ja, servus GroKo. Ich bin der GroKo und heute... Ihr könnt ja gerne schon mal vielleicht einmal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, was gibt es so für unnütze Dinge? So spontan... Oh, Golden Pickaxe. Irgendwie so generell diese Goldsachen, oder? Also fand ich immer, vielleicht sind die im Nether jetzt wichtiger, aber gut. Da habe ich für euch 10 Dinge in Minecraft, die niemand nutzt. Und ich bin wie immer sehr gespannt, ob ihr diese Dinge nutzt oder ob ihr sie auch nicht nutzt. Ob ihr mir zustimmt oder nicht, schreibt mir das gerne wie immer direkt in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und nachdem das letzte Mal das so hervorragend funktioniert hat und ich dann noch nicht den Überblick verliere, dann habe ich wieder meine 10 Überraschungsboxen für euch vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten durch mit Nummer 1. Die ersten Dinge, die niemand in Minecraft nutzt, sind Holz und Gold. Ja, Holz mache ich manchmal am Anfang, aber Goldtools nutze ich nie. Never. Tools. Ja, ich würde da mal eine Ausnahme machen, würde sagen, das da und das da wird hin und wieder genutzt. Aber ganz ehrlich, in der Holzharke nutzt ihr ein Holzschwert? Ja, im PvP. Und von Gold brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, wo man wirklich Goldtools verwendet. Wenn man sie findet und weil man sie eh gerade hat, dass man sie dann benutzt. Also wenn ich jetzt hier eine Spitzacke gefunden hätte, dass ich vielleicht dann die Goldspitzacke nutze. Aber ansonsten verwende ich keine Goldtools. Verwendet ihr Goldtools? Was gibt es denn noch? Oh, Minecraft? M-I? War zwei. Ja, der eine oder andere hat keine Ahnung, was ich gerade mache. Und wieder ein anderer, der sagt, ja, 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 richtig. Verwende ich nicht. Ich wollte hier gerade eine Werkbank hinsetzen, plötzlich bricht der ganze Boden unter mir ein. Was für ein Zufall. Was ich euch eigentlich zeigen wollte. Wer von euch weiß das? Wenn ich ein Minecart platziere und einen Ofen drauf, bekomme ich ein Minecart mit einem Ofen. Und wenn ich das Ganze jetzt hier auf die wunderbaren Schienen stelle, so. What? Zack, Minecart drauf und ich mache jetzt Rechtsklick mit Kohle. Fängt das Ding zum Fahren an. Und das Schöne an diesem Teil ist denn, angenommen ihr seid unten in eurer Mine. Und ihr habt wieder mal eine Menge Kohle dabei. Und ihr wollt die schon mal hoch in euer Lager schicken. Oh, äh, so ähnlich. Wir haben eine Menge Kohle dabei. Zack. Und die soll schon mal hoch ins Lager. Ganz einfach. Ein bisschen Kohle in der Hand behalten. Einmal rechtsklick. Ihr müsst in die entsprechende Richtung schauen. Und dann fährt dieses Minecart eure ganzen Sachen schon mal nach oben. Was? Super praktisch. Das ist ja mega cool. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Hä? Also nicht, dass ich das jetzt wirklich mal benutzt hätte. Und vor allem könnt ihr dann auch später noch ein Minecart hinstellen. Hier fahre ich selber. Setz dich rein. Und könnt euch selber nach oben schieben lassen. Das ist ja mega cool. Wer von euch nutzt noch die gute alte Dampfmaschine? Nummer 3. Krass. Ja, hat mit Kürbissen zu tun. Ich denke, der ein oder andere weiß vielleicht schon, wo das hinläuft. Denn wenn wir einen Kürbis am Boden platzieren und mit der Schere bearbeiten, kriegen wir nicht nur Samen, sondern wir bekommen auch ein wunderbares Kürbisgesicht. Das Kürbisgesicht kombinieren wir jetzt in der Werkbank mit einer Fackel. Und schuppdiwupp. Ah, so rum. Leuchtet unser Kürbisgesicht. Das verwenden wir vielleicht einmal im Jahr an Halloween und freuen uns. Ansonsten verwenden wir das nie. Ja, ich finde es aber ganz cool. Möchte ich aber noch was sagen, wie man es in Zukunft besser verwenden kann. Denn das Ding macht ja Licht. Und alle Blöcke als Lichtquellen brauchen ewig, um gesammelt zu werden. Für die wunderbare und ganz besondere Seelaterne müssen wir sogar in noch gefährliche Regionen... Ah, ich hasse diese Seemonumente. Die machen mir keinen Spaß. ...unter Wasser reisen. Aus diesem Grund gebt doch dem wunderbar leuchtenden Kürbis eine Chance. Zack, am Boden platziert. Oh ja. Und schon leuchtet es hier schön hell. Hat was, würde ich sagen. Das ist geil. Nummer vier. Ja, Hasenfell. Wusstet ihr überhaupt, dass es das gibt? Normalerweise haut man diese süßen kleinen Häschen doch gar nicht um. Die sind doch so süß. Die kann man doch gar nicht umhauen. Das läuft jetzt nicht weg, weil ich im Kreativmodus bin. Normalerweise... Gut, wenn ihr sowas aufgesammelt habt, dann wahrscheinlich... Weil ihr die aus Versehen mal geboxt habt oder weil die irgendwo runtergesprungen sind. Man kennt aus Versehen Hasenboxen. Nämlich echt nicht so leicht im Umgang. Ja, wenn ihr Hasenfell habt, was kann man denn damit wirklich machen? Nein, nichts ist falsch, ihr Lieben. Nichts ist falsch. Damit kann man schon ganz feine Sachen machen. Was? Ja, richtig. Aus vier Stück kann man ein Leder machen. Wow. Aber ganz ehrlich, das ist so aufwendig. Und rentiert sich überhaupt nicht. Nummer fünf. Tropenfische, der gute... Also bis dato muss ich sagen, ich habe jetzt auch die ganze Zeit immer noch so ein bisschen überlegt, was gibt es noch, aber ganz kurz hatte ich an Fische gedacht, weil es auch so viele verschiedene gibt, die eigentlich... Wozu braucht man die? Außer wenn man sich ein Aquarium macht. Aber Goldspitzhacke war so das Einzige, was ich bis dato erraten habe. Tropenfische. Ja, und jetzt wird einer sagen, ja, die sind doch voll schön und so. Ja, völlig richtig. Ja, aber... Diesen Tropenfisch ist auch wunderbar, aber wenn ihr so einen Tropenfisch umhaut, bekommt ihr das da. Ja, Lachs. Nee. Einen toten Tropenfisch. Was? Und mit diesem toten Tropenfisch kann man nichts machen. Stimmt nicht. Man kann ihn, glaube ich, essen. Dann regeneriert er eine Hälfte von deinem Hungerbalken. Oder ihr könnt ihn an Katzen verfüttern. Aber ansonsten ist das Ding leider, leider, leider für nichts zu gebrauchen. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich habe es bisher auch, wenn überhaupt, einmal genutzt, um eine Katze zu füttern. Ich habe noch nie so einen Tropenfisch. Was macht ihr mit den Dingern? Ja, die Hälfte geschafft. Gefällt es euch? Dann gerne ein Like da lassen. Hab ich schon, oder? Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ja. Weiter geht's. Abonnieren, Leute. Gönnt rein bei Krogo. Und jetzt wird der ein oder andere schreien. Oh, nee, verwende ich... Gerne auch bei Paletto. Aber, ne? Ich doch und so. Ich glaube, das sind zwei umstrittene Items. Dieser Kompass, in dem Zustand, wie wir ihn gerade haben, verwendet ihn, glaube ich, so gut wie niemand. Aber kann man den Kompass nicht irgendwie auf irgendein Ziel einstellen? Jetzt zeigt er nämlich immer zu eurem Spawnpunkt ganz am Anfang. Ja, genau. Er zeigt nicht mal mehr zu dem Spawnpunkt, den ihr gesetzt habt mit eurem Bett. Er zeigt zum Spawnpunkt ganz am Anfang. So verwendet ihn, glaube ich, keiner. Eine Uhr? Klar, die zeigt halt einfach die Uhrzeit an. Das ist ganz praktisch unten in der Höhle und so. Aber macht das jemand? Nutzt das wer? Nee. Vielleicht sollten wir... Ich habe noch nie in Minecraft eine Uhr benutzt. Also, ne. Ihr? Wir gerade so kleine Items in Zukunft mehr nutzen und so ein bisschen mehr Wohlfühlgefühl reinzubringen. Ich glaube, eine Uhr im eigenen Haus hängen zu haben, hat schon auch was. Aber seit dem wunderbaren Nether-Update haben wir Loatstones. Und dann macht der Kompass auch wieder Sinn. Zack. Der wird geeicht und zeigt uns jetzt immer zu diesen wunderbaren Steinen. Das ist geil. Das ist ein gutes Feature meiner Meinung nach. Das ist auch was für mich. Nummer 7. Da habe ich was ganz Besonderes für euch. Der ein oder andere erkennt hier schon, was hier los ist. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch. Nein. Es geht nicht um Diorit an sich. Denn den verwenden wir, wie ihr wisst. Es geht nämlich um Crafting-Rezepte. Wusstet ihr, dass ihr aus zwei Bruchstein und zwei Quarz, in der richtigen Anordnung, wohlgemerkt, zwei Diorit machen könnt? Nice. Und wusstet ihr dann, dass wenn ihr aus Diorit ohne Kombination mit Nether-Quarz Granit machen könnt und dass ihr sogar aus Diorit und Bruchstein Antisit machen könnt? Habt ihr das schon mal verwendet? Und ganz ehrlich, habt ihr schon mal aus Quarz und Bruchstein Diorit gemacht? Nein. What? Wer macht denn das? Okay, Nummer 8 bin ich wieder gespannt. Wer nutzt das? Kettenrüstung. Unabhängig davon. Also im PvP früher bei Survival Games und so weiter habe ich Kettenrüstung benutzt. Aber ansonsten nie. Schaut sie auch gewöhnungsbedürftig aus. Ich meine, wenn man wirklich volle Kettenrüstung hat, schaut es ganz gut. Junge, er sieht ein bisschen, warte mal. Aber ein bisschen sieht es aus wie so ein Panda mit den Ohren. Wisst ihr, was ich meine? Es sieht schon so ein bisschen, ja, komisch aus. Brustung hat, schaut es ganz cool aus. Aber angenommen, wir haben nur den Helm zum Beispiel. Das sind die Pastafaris. Krone. In den Pastafaris sind die, die Sieb auf dem Kopf tragen. Oh, das könnte auch ein Schleier von der Braut sein, der nach oben gewohnt wurde. Ja, genau, Brautschleier. Also ich weiß es nicht. Mit Kettenrüstung wäre die nicht so warm und man kann sie nicht craften, sondern nur finden. Wird die wirklich genutzt? Ich meine, ich hänge sie auf dem Armor Stand und stelle sie aus und fertig. Okay, jetzt kommt's. Jetzt kommt's wirklich. Doch. Ja. Ja. Oh ne, so ne... Nehmen wir das mal so mit. Fangen wir mal an mit Suppen. Ja. Es geht um Suppen und zwar um zwei besondere Suppen. Dafür gehen wir mal hier. Ja. Gehen wir mal hier in unser Häuschen rein. Okay. So. Und kochen uns mal eine gute Beetroot. Also Rote-Beete-Suppe. Die stellt man so her. Das Spannende ist jetzt, dass wenn wir alle einzeln essen, dann regenerieren wir genauso viel Hunger, wie wenn wir die ganze Suppe an sich essen. Ja gut, aber das mit der Suppe geht wahrscheinlich schneller. Kein Unterschied. Außer, dass wir sie schneller essen. Und dass wir dann aber die Rote-Beete nicht haben. nicht mehr stapeln können, weil Suppen kann man nicht stapeln. Okay. Hab ich noch nie gemacht, die Suppe. Von mir aus. Jetzt geht's so richtig los. Denn jetzt gibt's ne Kochshow mit GroKo. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Ne Minecraft-Koch. Heute, meine Damen und Herren, kochen wir Haseneintopf. Genau genommen Kanincheneintopf. Und dazu brauchen wir einmal gekochtes Hasenfleisch. Kaninchenfleisch. Eine Stunde später. Sobald wir zwei Stunden gewartet haben, auf gekochtes Kaninchenfleisch haben, brauchen wir auch noch eine gekochte Kartoffel. Und warten wieder zwei Stunden. Noch eine Stunde später. Sehr gut. Dann können wir unsere gekochte Kartoffel auch rausnehmen. Und dann geht's los. Dann packen wir nämlich als allererstes mal unsere Schüssel hier rein. Dann packen wir eine Rübe, die wir übrigens nicht schreiten. Das hab ich noch nie in meinem Leben gemacht. Wir packen ein Hasenfleisch rein, eine Kartoffel und irgendeinen Pilz. Entweder den oder den. Und schwuppdiwupp haben wir einen Haseneintopf. Das ist doch mit Abstand das schwierigste Rezept überhaupt. Aber ich find's irgendwie cool. Auch wenn ich's noch nie... Ja, ich find's einfach cool, dass solche Sachen auch möglich sind. Hab ich noch nie gemacht, werd ich wahrscheinlich nie machen, aber trotzdem nicht schlecht. ...genutzt habe. Vielleicht müssen wir uns Haseneintopf kochen. Im nächsten Craft Addict Video. Was meint ihr? Kommen wir zu Nummer 10. Und Nummer 10 ist einfach das Highlight schlechte. Und ich denke, der ein oder andere weiß schon, was fehlt auf der Liste an Dingen, die man nie verwendet. Bereit? Trommelwirbel? Rieselös. Kann man damit irgendwas machen? Die vergiftete Kartoffel. Muss ich dazu wirklich irgendwas sagen? Wenn ihr die verwendet, dann bin ich baff. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende der 10 Dinge angekommen. Ja, wunderbar. Leute, schaut bei Krogo vorbei, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.